Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück, ne? Beim Edim Shining. In einer neuen Vorratskammer, würde ich mal sagen. Oh, ich bin in die Drachenhöhle. Mit einer richtig geilen Hintergrundmusik. Easy! Einfach nur Viecher zum Weg klatschen! Easy! Das war jetzt wirklich geschenkt. Äh, ich hör mal ein paar von diesen Erzen weg. Ne Stachelfrucht kann ich mal essen. Und ich hab Fleischböchen irgendwo gefunden. Schokolade! So, würde ich bei Gelegenheit dann mal kochen. Ich hab das Gefühl, es würde sich lohnen, einmal zu der einen Stadt zurück zu gehen. Einfach um sich den Alu-Schläger zu holen. Ich würde aber gerne noch ein bisschen sparen, damit ich mir auch noch diese Rüstung zusätzlich kaufen kann. So, das ist tot. Ich hab einen Monddrache gefunden. Oh, sehr viel Geld. Also ich denke da wirklich drüber nach, einmal kurz zurück zu gehen. Vielleicht kann ich dort auch diese Stinkwurzeln kaufen. Hier war die Bar. Einen Schüssel hab ich ja jetzt zusätzlich noch gefunden. Oh, schon wieder so ein Rätsel. Hallo? Kann das sein, bist du mein Ritter in schimmender Rüstung? Ich bin Robi. Du siehst etwas anders als erwartet, aber mittlerweile nehme ich jeden. Ich war ebenfalls hinter Birdie her. Diese Kopfgeldjäger-Sache ist viel schwieriger als man denkt. Bitte hol mich hier raus. Die richtige Passwort-Kombination öffnet die Tür. Von dort, wo ich stand, konnte ich etwas vom Passwort ausmachen. Die Kombination auf der linken Seite von oben nach unten. Grün, Violett, Grün. Okay. Okay. Wir wissen zumindest, der Grün, der da oben. Und der. Und hier müssen wir jetzt einfach rumprobieren. So. Okay. Alles grün schon mal nicht. So auch nicht. So vielleicht. Ja, hab's. Du hast es geschafft. Danke, dass du mich gerettet hast. Bitte akzeptiere dieses Geschenk. Erzeichen meiner Dankbarkeit. Ein Herz Rubin hat sich gelohnt. Und wer ist das? So war es das Verblüffend, dass ein Gelehrter meines Intellects von so einem unzivilisierten Falle gefasst werden konnte. So, ich schätze, es ist eine Zeit für etwas Demut. Nämlich Gaspar. Ich hatte gehofft, die Geschichte dieser antiken Ruinen erforschen zu können. Ich ermute, dass sie sogar auf eine Zeit von den großen Erwachen zurückgehen. Jeder würde doch, wenn ich meine Studiere bereichert werden, der Ouroboros-Stamm, als auch die Allgemeinheit. Leider trafen meine Appelle auf taube Ohren. Die Ouroboros und Leute haben kein Interesse an ihren eigenen Geschichte. Ich war ein Dummkopf, hierher zu kommen. Ich mache mich jetzt zu einem Ort auf, an dem meine Bemühungen mehr geschätzt werden. Danke, dass du mich gerettest hast. Vielleicht kann ich dir diesen Gefallen eines Tages vergelten. Klang zumindest so, als wäre es nützlich für mich. So, was ist hier jetzt noch? Ich sollte vielleicht mehr mit Bomben arbeiten. Dann gehen die Kisten zumindest schneller kaputt. So, die eine Kiste mache ich auch noch kaputt. Obwohl, dann komme ich nicht drüber. Ah, das hier sieht auf jeden Fall nach einem Rätsel aus. Hallo? Oh, Junge, ein Besucher. Nämlich Ballo. Ich bin unglücklicherweise nicht mehr der offizielle Wächter, also kann ich dir keinen Juwel aussendigen. Aber ich habe ein paar andere Schmuckstöcke im Petto. Seidest du dich als würdig erweisen? Ich gehe dir um das Ziel, zerbrich die Kisten. Das ist super spaßig. Alles, was du tun musst, ist, alle Kisten innerhalb des Zeitlimits zu zerstören. Bist du bereit, dich der ultimative Zerbrich-die-Kisten-Challenge zu stellen? Lass mich auf diese Kisten los! Okay. Ich habe den Plan. Okay. Äh, das geht besser. Warte mal. Hier muss es einen Trick geben. Äh, wir machen das nochmal neu. Ich kriege ja immerhin ein Juwel dafür. Auf jeden Fall eine Bombe da hochwerfen. Dann wahrscheinlich die Kisten an die eine da ranschieben. So, versuchen wir es nochmal. Ich bin zu schlecht dafür. Man kann das schaffen. Ich versuche es noch einmal. Ne, ist unter meinen jetzigen Möglichkeiten nicht möglich. Ich brauche mehr Energie. Weil mich verlässt die Energie, bevor ich das durchziehen kann. Ich habe das jetzt ein paar Mal versucht. Also euch habe ich vielleicht nur so zwei Versuche gezeigt, aber... Ich habe es versucht, ich brauche da jetzt mehr Energie, sonst klappt das nicht. Okay. Eins, zwei und drei. Hallo. Ja, Entschuldigung. Hm. Die Prüfung der Lust. Was macht der Monddrache denn? Ja, sprengt euch. So finde ich das schön. Die darfst du haben. Und du bist easy. Vielen Dank. Darf ich dann jetzt weiter? Hallo? Ich darf nicht weiter. Dürfen die mich nicht sehen? Ich glaube, die dürfen mich nicht sehen. Also ich muss loslaufen. Also ich muss loslaufen. Sobald... Mann! Wie mache ich das am besten? Ich muss loslaufen. Ich muss loslaufen. Also auf jeden Fall hier unten lang. Jetzt muss ich mich hier vorbeischleichen Die sehen mich nicht wenn ich so an der wand hänge Verdammte Axt Also mir das noch mal Ich höre mal mein Gummientchen bereit Ich muss darüber während die nach links gucken Alle beide Und da rechts keiner steht Tschau Beeindruckend Ein Outsider hat Lihos Prüfung der List bestanden Erzähl Lihos, warum du hier bist Um Birdie der Gerechtigkeit zu unterziehen Du ein Outsider möchtest Lihos Oberhaupt Birdie herausfordern? Ha, sie zerstört dich Wobei Lio und der Uroboros Stamm erkennen List und Stärke an Nimm Lihos Juwel Danke Schau da mal ab Ich geh mal hier links weiter Komm her, du Lütscher Aua Boah, das ging gerade so gut Und hier brauche ich noch ein anderes Lied Nimm mir einfach Prüfung Nummer 3 jetzt Ich weiß, wie wir überspringen hier etwas Welche Prüfung ist das? Prüfung der Hindernisse Okay Einfach nur ducken Easy going Und dann dich verprügeln Danke Wie geht das Inventarmenü aus? Also das ist bisher die leichteste Prüfung Ob ich da eine Bombe vorschmeißen kann? Ich kann das so zumindest kaputt machen Wir haben was gelernt Weg damit Ich sehe wie das funktioniert Einmal so durchschieben Ja, das funktioniert super Jetzt muss ich das damit ein bisschen weitbomben Und durchschieben Einfach schieben Easy going Tschüss Danke für das Geld Ist da oben noch irgendwas? Nö Also das war die leichteste Prüfung Willkommen, willkommen Meine Informationen berichteten mir Ja, dass du bald zu mir kommen würdest Ein Kopfkettjäger auf heißer Spur zu Birdie Und recht fähig mit den Stiefeln Habe ich all das richtig erraten? Ja Unter den Oroboros bin ich bekannt als Raller der Blitz Niemand ist schneller als ich Ich wirf einen Blick auf meine Trophäen Und mein Gefühl für meine Flinkheit zu bekommen Ich hab sie alle selbst gemacht Um mein Juwel zu erhalten Musst du nur meine einfache Aufgabe erfüllen Erreiche das Ziel Der Hindernis Perkurs innerhalb der Zeitlimits Lass uns sofort loslegen Oh Gott Ich muss jetzt schneller als die sein Okay Ich muss innerhalb des Zeitlimits da oben ankommen Aua Spuck mich bitte da hoch Ich denke mal nicht, dass die Zeit weiterläuft Während ich hier im Menü bin Das kann jetzt lustig werden Also diese Stinkwurzel Die ist ja mega geil Für den Test von dem einen Dude Muss es auch irgendeinen Trick geben Also ich muss Diese Kisten Challenge schaffen Aber ich brauche safe Mehr Ausdauer dafür So wir haben nur noch Prüfung Nummer 2 vor uns Und hier rechts Haben wir noch irgendwas Hier wäre erstmal hier rechts lang Oh, hallo Miete Katz Äh, hier komme ich nicht weiter Da oben Hier fehlt was War ich hier links schon? Ah ja, hier war ja das mit dem Lied Ich vergaß Äh, ja Ich versuche mich dann jetzt noch weiter Offscreen an der Kisten Challenge Die hier drin ist Ich hoffe ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge Wenn ja, Abo und ein Like da lassen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn ich diese Kisten Challenge geschafft habe Und wir sehen uns beim nächsten Mal